Ich kann mich für meinen Gott als Märtyrerin in die Luft sprengen und das wäre ich wirklich absolut bereit gewesen, das zu machen. Das Zimmer war immer voll von Dämonen, also es waren immer wie Feinde da. Angst hat mein Leben bestimmt. Ich kannte auf dieser Welt kein wirkliches Zuhause, ich habe mich nirgends wirklich zu Hause gefühlt. Und dann wollte ich unbedingt einfach sterben. Bombenangriffe und die ständige Angst vor dem Tod. Davon ist Florida Zimmermanns Kindheit geprägt. In den Wirren des libanesischen Bürgerkrieges wächst sie ohne ein sicheres Zuhause auf. Mit acht Jahren schließt sie sich einer bewaffneten Miliz an. In dem Anführer hofft sie, endlich einen Vater zu finden. Herzlich willkommen bei erfmenschgott. Hallo Florida. Hallo Markus. Du bist im Libanon geboren und hast dich als Mädchen, als kleines Mädchen dort einer Miliz angeschlossen. Was macht ein achtjähriges Mädchen bei einer bewaffneten Miliz? Für mich war die Miliz eine Art Heimat, Familie, Sicherheit. Ich habe mich stark gefühlt und es hat mir auch einen Sinn gegeben. Also ich habe mich relativ früh gefragt, das ist der Sinn des Lebens. Und ich dachte mir, das kann ich dort finden. Der Anführer von denen wurde Malik genannt oder sagen wir mal, der heißt Malik. Was war dieser Mann für dich? Für mich hat er wirklich eine Vaterfigur dargestellt. Also ich hatte keine Ahnung, wie sich ein Vater anfühlt, aber das kam dem so am nächsten. Wie war er Vater für dich? Er hat an mich geglaubt, hat mich gefördert und hat mich überall mit hingenommen. Und da war ich mittendrin und habe mich dadurch auch wirklich gebraucht gefühlt, stark gefühlt und was Besonderes. Und deine Familie, was hat die dazu gesagt? Ich hatte in dem Sinn keine Familie. Ich habe einfach eine Mutter. Und meine Mutter war ziemlich mit sich selber beschäftigt. Und deswegen habe ich mich auch bei ihm so sicher gefühlt, weil ich das gar nicht anders kannte. Aber sie war auch im Libanon, deine Mutter? Ja, sie war im Libanon, ja. Okay, sie war da. Du hast zwei Jahre lang eine Koranstunde besucht. Kannst du davon berichten, was das ist oder was das mit dir gemacht hat? Also man kann sich das nicht so wie eine Schule vorstellen oder wie eine Stunde. Da geht man hin und lernt mit Büchern. Sondern man geht hin und hört sich einfach die Koraninhalte an, was der Koran zu sagen hat. Wird motiviert, nach dem zu leben. Und wir saßen dann auch immer getrennt, Männer und Frauen. Und da habe ich mich natürlich auch in der Masse sehr stark gefühlt und habe das alles auch versucht, auswendig zu lernen. Und habe gemerkt auch, dass das gut ankommt, wenn ein achtjähriges Mädchen das alles auswendig kann. Und dann im richtigen Moment auch damit zu zitieren. Und ich habe mich einfach so sicher gefühlt. Das war eben so ein Ort, in dem man sich eben auch wie in der Miliz selber einfach stark gefühlt hat. Hast du die Texte verstanden, die Verse? Wusstest du, was du sagst? Nein, nicht wirklich. Ich habe sie irgendwie auch geschafft, immer richtig zu zitieren, im richtigen Moment. Aber ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Aber es war ein gutes Gefühl für dich? Ja, absolut. Du hast Anerkennung bekommen, Annahme, Sicherheit. Und dieses lief zwei Jahre lang. Und wie ging es dir innerlich in diesen zwei Jahren? Natürlich zu Beginn sehr motiviert und voll dabei und auch gebrannt für diesen Glauben. Ich habe mich an alles gehalten, war immer zuvor erst dabei. Und man konnte mich auch für alles gebrauchen. Ich habe nie Nein gesagt. Ich wollte unbedingt diesem Aller nahe kommen und besser gesagt auch die Sicherheit haben, dass ich ihm auch gefalle. Ich habe ziemlich früh so eine Leere in mir gespürt, schon als kleines Kind. Und das habe ich in der Miliz einfach nicht ausgefüllt bekommen. Aber die Begeisterung hat natürlich dort so einen Teil dazu beigetragen, dass ich auch so lange dabei war, weil ich irgendwo doch einen Sinn sah in diesem Ganzen. Dieser Hass, der dir beigebracht wird. Du fokussierst dich auf einen Feind und gehst diesen Weg zusammen. Das macht schon stark. Aber wenn es dann auch ein bisschen Alltag wird und ruhiger wird, dann kommt dann die Leere schon wieder. Wie weit wärst du mit deinem Hass gegangen auf den Feind? Ich wäre bereit gewesen, alles zu geben. In den Heiligen Krieg zu führen, in den Dschihad? Ah ja, natürlich. Ja, doch. Das war auch mein großes Ziel. Dass irgendeinmal, also es ist auch, ich habe ja in dieser Versuch, wirklich diesem Aller zu gefallen und wirklich so die Gewissheit zu haben, ich reiche, es reicht für ihn. Diese Erfüllung habe ich nie bekommen. Und da habe ich einfach gewusst, das Einzige, was noch nützen kann und als ich dann wirklich auch so ganz leer war, trotz der Miliz, trotz Malik, trotz der Familie, die ich dort wie gefunden hatte in dem Sinn, wo es sich gibt, noch einen Ausweg. Das ist so ein Sicherheitsweg. Ich kann mich für meine Feinde und mit meinen Feinden, für meinen Gott als Märtyrerin in die Luft sprengen. Und das wäre ich wirklich absolut bereit gewesen, das zu machen. Nicht nur bereit, sondern es gab mir dann auch wirklich Sinn im Leben. So paradox das tönt. Hast du keine Angst gehabt vor dem Tod, weil du wusstest, das ist die einzige Sicherheit, zu sterben? Ja, ich hatte Angst vorm Leiden. Also ich hätte dann schon am liebsten sofort sterben wollen, in dem Sinn. Das war meine Hoffnung. Aber vor dem Tod nicht. Nein, das war für mich die Versicherung, dass ich dann sicher nicht in der Hölle, sondern bei aller landen werde. Also im Himmel, endlich, wie würdest du beschreiben, frei oder endlich zu Hause? Ja, endlich frei zu Hause. Zu Hause habe ich mir das nicht vorgestellt, weil dieser Allah ist ja auch nicht nah. Also ich konnte mir auch unter ihm nichts vorstellen. Aber als Moslem hat man einfach die Sicherheit nicht, dass er zufrieden ist mit einem. Und für mich war das so die einzige Sicherheit oder für die Moslems ist das die einzige Sicherheit, der einzige ganz sichere Weg, bei ihm zu landen, also ihm zu gehören. Und in diesem Paradies. Als du zehn Jahre alt warst, hat deine Mutter Initiative ergriffen. Sie hat dafür gesorgt, dass du aus dem Libanon rauskommst, zu einer Familie in die Schweiz, die du vorher schon kennengelernt hattest. In dieser Familie gab es jetzt auf einmal einen Vater, eine Mutter, Geschwister. Wie ging es dir jetzt dort? Ja, für mich war das absolut, also ich hatte den Eindruck, ich sei im Paradies. Das war wirklich so das Gefühl, sicher von den Impfständen her, dass ich auch in einer warmen Wohnung war, Wasser hatte, aber auch diese Struktur, diese Sicherheit. Am Morgen steht man auf, es gibt Frühstück, es ist eine Familie da. Das hat mir sehr, sehr gut getan und hat mich wirklich glücklich gemacht. War das nicht erst mal fremd? Ich meine, so Schweizer Frühstück und dann normaler Alltag, Schule und so? Nee, darauf habe ich mich sehr gefreut. Also die Schule war für mich, ich konnte ja im Libanon auch nicht wirklich viel zur Schule gehen. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich in die Schule gehen kann, etwas lernen darf. Aber auch Kinder, das ist so etwas, das hat mir einfach so gut getan. Ich habe es geliebt, mit den Kindern zu essen. Also die Gemeinschaft am Tisch, das war wirklich sehr bereichernd für mein Leben. Und ich bin dann auch aufgeblüht und bin dann endlich auch Kind geworden. Also es hat mich dann auch kindliche Sachen interessiert, wie zum Beispiel Spielen. Das war etwas ganz Neues für mich und das habe ich dann auch wirklich gern gemacht. Du warst Moslem, bist dann in eine Familie hineingekommen, die Christen sind und die total regelmäßig sonntags in ihren Gottesdienst gehen, in ihre christlichen Veranstaltungen. Wie war das für dich? Bist du mitgegangen? Ja, ich habe da mitgemacht, voll mitgemacht. War auch sehr interessiert, weil ich war schon immer so wissbegierig. Aber ich wollte auch nicht einfach da so schnell dazugehören. Also für mich war das ganz, ganz wichtig, diese Menschen zu beobachten. Ich hatte meinen Glauben gelebt, sehr radikal als Moslem und wollte da nicht schon wieder in etwas reinrutschen, das mir dann schlussendlich auch wieder so eine Lehre vermittelt. Und darum habe ich Christen einfach mal nur beobachtet. So als zehn-, zwölfjähriges Mädchen einfach von der Seite gucken, wie sind die drauf? Ja, ob die auch wirklich das machen, was sie sagen. Haben Sie es gemacht, was sie sagen? Absolut, ja. Das hat mich am meisten beeindruckt. Ja, das hat mich wirklich beeindruckt, dass sie, das sind Kleinigkeiten, es waren wirklich Kleinigkeiten, aber sie haben etwas gesagt und das hat dann auch gestummen. Also sie haben es dann auch gemacht. Sie haben mir etwas versprochen, das wurde dann auch eingehalten. Und das authentische Leben, das hat mir dann, hat mir wirklich Eindruck gemacht. Wer war eigentlich Gott oder Allah zu diesem Zeitpunkt? Das würde mich auch noch interessieren. Für mich war sehr schnell klar, dass das nicht der gleiche Gott ist. Also dass Allah für mich ganz eine andere Figur ist als Gott, den man hier kennt und von dem sie sprechen. Weil ich ja mit Allah auch nicht so reden konnte. Und diese Familie, die hat ja mit Gott jeden Tag gesprochen, egal wo die waren. Und die hatten nicht ihre Gebetszeiten. Und die wussten, dass da ein Gott ist, der sich für dich interessiert. Und bei Allah war das ja, ich wusste nie, was er von mir hält. Äußerlich lebst du in stabilen Verhältnissen. Aber wie ging es dir innerlich in dieser Zeit? Du kommst aus dem Libanon, das ist der Nahe Osten, in der Schweiz, ins christliche Abendland. Wie war das für dich? Ja, mit meiner Art bin ich natürlich auch angeeckt. Also ich habe schon ein sehr lautes Organ und dann hört man mich überall. Und das war für mich manchmal auch schwierig. Ich wollte mich überall anpassen, weil ich wollte ja nicht einen Grund liefern, dass man mich nicht mehr mag. Und mit meiner ganz anderen Art, eben vom Nahen Osten her, bin ich schon aufgefallen. Und das war auch nicht so einfach. Ich war da immer zerrissen. Wo gehöre ich denn wirklich hin und wie sollte ich denn wirklich sein? Und ich habe dann auch versucht, mich anzupassen. War dir das so wichtig, dass andere sich nicht an dir ärgern oder stoßen, dass sie dich annähen? Ja, das war für mich enorm wichtig. Also für mich war das existenziell, weil ich dachte mir immer, und ich habe immer gefühlt, wenn, oder hatte den Eindruck, wenn Menschen mich annehmen, dann darf ich auch leben. Und wenn man mich nicht annehmen kann, dann darf ich eigentlich nicht leben. Die Existenzberechtigung, die hatte ich einfach nicht. Und die habe ich mir wie geholt, indem, dass Menschen mit mir einverstanden sind. Indem, dass Menschen wie sagen, ach doch, du bist gut, so wie du bist. Und das habe ich aber nie gefühlt. Als Kind hast du echt viele krasse Situationen durchgemacht mit Bürgerkrieg, Bomben. Es gab schreckliche Situationen, wo du Angst hattest. Jetzt in der Schweiz hast du Angst, dass man dich nicht annimmt. Wie bist du mit diesen Ängsten umgegangen? Was haben die mit dir gemacht? Ja, das ist ein wahnsinniges Thema. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das so klar erklären kann. Weil Angst hat mein Leben bestimmt. Also Angst vor, ich hatte vor allem Angst. Die Traumas, die ich im Libanon erlebt habe, natürlich, die waren da. Ich hatte meinen Verfolgungswahn. Ich hatte immer das Gefühl, dass jemand in meinem Rücken ist und mich umbringen möchte. Das waren so Träume, die ich auch immer wieder geträumt habe. Aber ich hatte auch Angst, an einen Ort hinzukommen, an dem ich noch nie war. Ich hatte Angst vor Begegnungen. Ich hatte Angst vor Ablehnung. Diese Angst, das war das Fundament von meinem Leben. Konntest du damit überhaupt schlafen? Nein, ich habe sehr schlecht geschlafen in dem Sinn. Meine Decke war immer so bis weit über den Kopf gezogen. Also man hat wirklich nur noch die Nase gesehen, dass ich atmen konnte. Und da waren immer, also wenn ich das so jetzt einfach sagen soll, dann ist das so wie, das Zimmer war immer voll von Dämonen. Also es waren immer wie Feinde da. Und ich habe das Unheimliche gespürt. Also das war für mich was absolut real. Es war da. Es war beängstigend. Es war lebensraubend. Und es war wirklich existenziell. Daher die Angst. Daher die Angst, ja. Dein Pflegevater hat dir einmal einen Bibelfers gegeben. Der steht in Jesaja 43, Vers 1. Und zwar steht da, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Warum hat er dir den gegeben? Oder was hat das bedeutet für dich? Ja. Ja, warum er mir das gegeben hat, also diesen Vers, das weiß ich nicht. Aber es war wirklich, ich glaube, in der ganzen Bibel findest du keinen Vers, der so zu mir passt wie dieser Vers. Und das ist ein Vers, der mich bis heute begleitet. Es war so, auch wenn ich nicht alles begriffen habe damals. Aber es hat mir damals schon das Auf, also das, fürchte dich nicht. Ich kannte das ja nicht, ohne Furcht zu leben. Also diese Aufforderung, die war für mich eine, die hatte so eine große Bedeutung. Und ich wusste, das sagt Gott zu mir. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mein Name, Florida, war so ein Name, mit dem ich nirgends was anfangen konnte. Also ich bin überall aufgefallen, ja sowieso durch meine Art. Ist ja kein libanesischer Name. Nein, überhaupt nicht. Und dann fällt man ja auch noch auf mit dem Namen. Und das war für mich wirklich so, ach, dieser Name ist nicht gut. Der hatte immer so einen Beigeschmack. Ich konnte mich nie mit diesem Namen identifizieren. Und dann steht da oder sagt da der Gott, der mich geschaffen hat, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und dann dazu noch, du bist mein. Ich wusste ja auch nie, wo ich hingehöre. Und ich wusste auch nie, ob meine Mutter mich wirklich wollte. Ob das ein Unfall war. Ich war ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater war verschwunden gewesen. Ich hatte immer den Eindruck, ich wäre für meine Mutter eine große Belastung gewesen. Und jetzt kommt da ein Gott und er sagt einfach, du musst dich nicht fürchten. Ich rufe dich bei deinem Namen, weil ich dich kenne. Und weil ich weiß, wer du bist. Und du bist mein, du gehörst zu mir. Und das habe ich versucht, einfach zu verstehen. Also der Vers hat mich überwältigt, aber verstanden habe ich ihn natürlich noch nicht wirklich gehabt. Du bist ein Teenie gewesen und dieser Bibelfers hat dich begleitet. Was hat er dir in dieser Zeit dann gegeben? Ja, ich glaube, mit diesem Vers wurde dann so ein Grundstein gelegt, von diesem Allah zu diesem Gott zu wechseln. Also ich habe dann wie verstanden, das war für mich wirklich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Dieser Gott, der ist da und der ist immer da und der ist immer bei mir. Also ich kann immer zu ihm reden und ich habe eine Ansprechperson. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe dann auch in meiner ganzen Teenie-Phase auch immer Briefe an Gott geschrieben. So konnte ich mich am besten ausdrucken. Und ich glaube, da habe ich wirklich so angefangen zu begreifen, der interessiert sich für mich und das ist meine Ansprechperson. Auch wenn niemand anders da ist, kann ich mit ihm reden. Du hast einfach nach diesem Bibelfers oder darauf losgeschrieben und gesagt, du bist da, ich rede jetzt mit dir. Ja, das hat wirklich so angefangen, ja. Als du 20 Jahre alt warst, hast du dann eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen. Das war ein riesengroßer Traum für dich. Ausbildung machen, Krankenschwester, Menschen helfen. Und darin bist du so richtig aufgeblüht. Wie war das für dich? Ja, es war wirklich für mich ein Traum, der in Erfüllung ging. Und ich hatte auch immer meine Zweifel, ob ich das jemals schaffe und habe das geliebt, auch mit Menschen zu arbeiten. Aber mitten in der Ausbildung, also ein Jahr nach der Ausbildung, nachdem sie begonnen hatte, habe ich die Diagnose Diabetes bekommen. Und das hat es mir dann schon auch schwierig gemacht, weil du ja immer messen musst und immer darauf achten musst, wie belastbar bist du denn mit dem Zucker, dass er nicht runterfällt und nicht zu hoch geht. Und ich habe mich lange, lange nie versöhnt gehabt mit dieser Krankheit. Das war für mich wirklich so etwas, was ich gar nichts damit anfangen konnte. Es hat alles noch viel, viel komplizierter gemacht. Ja, genau. War die Angst wieder da? Ja, die war noch gar nicht weg, ja. Okay, wieso nicht weg? Was ist passiert? Also meine Angst war ja immer da, die ist ja immer geblieben. Die hat mich ja jahrelang begleitet. Ich war, auch nachdem ich mein Leben Gott übergeben hatte, hatte ich immer Angst. Das Vertrauen hatte ich noch nicht. Jetzt muss ich da kurz reingehen. Du hast dein Leben Gott übergeben. Was hast du gemacht? Irgendwann habe ich gemerkt, doch, dieser Gott, mit dem möchte ich wirklich unterwegs sein. Du hast doch Briefe an ihn geschrieben. Ja, genau. Und dann? Und dann habe ich, also an dem Tag, als mir mein Pflegevater diesen Vers gegeben hat, habe ich wirklich mein Leben diesem Gott anvertraut. Das war der erste Schritt von mir, als ich gesagt habe, so, du kannst, du kannst mit mir mein Leben bestimmen. Du kannst bei mir, du kannst mein Leben haben. Aber ich habe natürlich immer noch, ich musste ihn natürlich noch kennenlernen. Das habe ich, ich kannte ihn ja noch, immer noch nicht wirklich. Und das fing dann an, mein Weg fing dann mit ihm an, mit diesem Bibelfers und mit diesen Briefen. Und als ich krank wurde, war ich immer noch auf diesem Weg, aber noch nicht am Ziel. Und da war meine Angst immer noch da. Und das Vertrauen, dass Gott auch um diese Krankheit weiß und dass er schon weiß, was er tut, das hatte ich da nicht. Erst die Diagnose mit Diabetes und dann gab es eine Nacht, wo du zu Hause warst, alleine. Und dann merkst du, dass jemand einbricht. Und die Angst ist wieder da. Was hat das mit dir gemacht? Ja, als ich rausging, um die Schuhe anzuziehen, das war dann so in einem kleinen Flur, habe ich gesehen, dass es gab dann so ein Guckfenster in der Tür, dass das eingedrückt war. Und dass da wahrscheinlich jemand versucht hat, einzubrechen. Und das war wahrscheinlich auch meine große Angst. Sie haben es ja wie bei mir nur versucht, im zweiten Stock. Also muss mich ja irgendjemand beobachtet haben. Und das hat ja so in meinen Verfolgungswahn reingepasst. Hat dich das komplett aus der Bahn geworfen? Ich kam, also in diesem Jahr war das sowieso für mich sehr schwierig. Es ging dann auch eine Beziehung auseinander. Ich war drei Jahre mit einem Mann zusammen. Und dieser Einbruch, die Diabetes, ich war mich selber am finden. Und ich kann das nur so beschreiben, ich fiel dann wirklich so wie, in freiem Fall, fiel ich dann irgendwie emotional einfach runter. Und fühlte mich einfach so wie aufgeschlagen. Also ich konnte da, ich habe einfach, ich habe mir auch ein Leben lang immer gesagt, ich sei zu sensibel für diese Welt. Und mit diesen Ereignissen war es dann wirklich für mich so eine Bestätigung. Ich schaffe das alles nicht mehr. Ich möchte nur noch nach Hause. Und ich kannte auf dieser Welt kein wirkliches Zuhause. Ich habe mich nirgends wirklich zu Hause gefühlt. Und da habe ich gedacht, ich kann nur noch bei Gott zu Hause sein. Und das war für mich wie in dem Moment der einzige Weg, der für mich machbar war. Und dann wollte ich unbedingt einfach sterben. Sterben heißt, dich selbst umbringen? Ja, genau. Das habe ich dann auch versucht. Ich habe alles versucht, wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass ich wirklich sterben kann. Ich habe alles in die Wege geleitet und habe es dann auch gemacht. Als Krankenschwester wusstest du, wie das geht? Als Krankenschwester hatte ich die gute Voraussetzung, alles zu bekommen, was ich brauche und das zu machen. Es hat ja Gott sei Dank nicht funktioniert. Wie war das dann für dich, als du in der Klinik aufgewacht bist? Man hat dich nämlich gefunden, in die Klinik gebracht, du hast überlebt. Wie war das für dich? Es war kein schönes Erwachen. Beim Suizidversuch habe ich eigentlich Gott wirklich darum gebeten, mich das nicht überleben zu lassen. Aber es war natürlich dann so passiert. Und er hat mir dann wirklich auch gesagt, es ist nicht so, dass ich Gott immer so klar höre, aber es hat ein paar Situationen in meinem Leben gegeben. Und das war eine davon, da hat er mir wirklich gesagt, ciao Flo, du hast die Chance auf ein zweites Leben. Du hast das überlebt und du kannst nochmal anfangen und ich bin bei dir. Und ich war da so ein bisschen gefrustet, dass ich das so gehört habe oder gespürt habe und habe mich aber trotzdem dafür entschieden. Ich habe wirklich gesagt, also gut, wenn du das möchtest, dass ich wirklich das Leben wage, dann mache ich das. Aber es ist nicht mein Herz, das da jetzt mitspringt und einfach dankbar ist, dass ich leben darf. Sondern da ist wirklich einfach so, ich möchte dir vertrauen, dass du mit meinem Leben einen Plan hast. Das habe ich da wirklich so nach meinem Kampf mit ihm wirklich auch geschafft. Eine zweite Chance für dich. Ja, absolut. Du hast Gott erlebt, einmal, dass er dich liebt, dann, dass du lebst, dein Leben ging weiter. Du hast geheiratet, dann hat das nicht geklappt, ihr habt euch getrennt. Und was bedeutet diese Trennung für dich? Wie hast du dich damals gefühlt, als ihr auseinandergegangen seid, als die Scheidung durch war? Ja, ich fühlte mich wirklich als Versagerin. Also ich hatte den Eindruck, ich habe auch moralisch versagt. Ich habe in meinem Glauben versagt. Ich habe immer an Treue und an Ehe geglaubt. Und jetzt stehe ich da und konnte das nicht mehr aufrechthalten. Und das war für mich ein, ich bin wirklich zerbrochen daran, also an diesem Versagen. Und diesen Zerbruch, wie wolltest du da rauskommen oder wie wolltest du weiterleben? Ich wusste nicht, wie weiterleben. Ich hatte auch den Eindruck, dass Gott mich jetzt auch gar nicht mehr gebrauchen kann. Also dass ich wirklich auch für ihn versagt habe. Dass die Liebe zwar noch da ist, die Annahme auch, aber dass er enttäuscht ist von mir. Wirklich die große Enttäuschung. Ich hätte mit deinem Leben einen Plan gehabt, aber du hast versagt. Und da fühlte ich mich wirklich verloren und habe sehr, sehr viel auch daran gedacht, mir das Leben zu nehmen, auch in dieser Zeit. Noch mal. Ja, diese Todessehnsucht, die hat mich sowieso ein Leben lang begleitet. Das war ja schon mit dieser Bereitschaft, als Märtyrin zu sterben und dann der Suizid in meinen Jugendjahren. Und das war natürlich noch mehr, noch mehr Drang dazu, endlich mal an diesen Frieden zu bekommen. Aber ich habe mich so gut daran erinnert, dass ich Gott mein Jahr gegeben habe zum Leben. Und deswegen habe ich das auch nie gemacht. Aber ich bin wirklich zerbrochen. Ich konnte Gott nichts mehr vorweisen. Ich konnte auf nichts stolz sein. Der Zerbruch, wie hat der sich bei dir gezeigt? Bist du dann überfordert gewesen? Waren die Ängste wieder da oder was war? Die Ängste waren nach wie vor da, auch immer mehr. Und ja, ich konnte nichts mehr leisten. Ich habe ganz lange versucht, einfach dran zu bleiben, in der Kirche zu sein, aktiv zu bleiben, in meinem Beruf zu bleiben. All das habe ich wie versucht, mein Leben weiterzuleben. Aber ich zerbrach dann wirklich, also im wahrsten Sinn des Wortes, ich stand an einem Morgen auf und konnte nur noch weinen. Bist du in eine Klinik gegangen, damit du dich irgendwie wieder aufrichten konntest? Ja, ich hatte damals auch schon eine Therapeutin, die mir schon früher gesagt hatte, es wäre Zeit für wirklich einen Unterbruch zu machen in meinen ganzen Aktivitäten und einfach mal runterzufahren. Und das konnte ich nicht, wollte ich nicht. Ich habe mich identifiziert über meine Leistung und dass ich für Gott aktiv unterwegs war. Aber da hat sie gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt musst du in diese Klinik. Genau. Hat Gott dir da nicht geholfen oder hat Gott dir nicht helfen können? Ja, auch da kam er dann wirklich so in diese Verzweiflung rein. Und ich bekam wirklich so wie diese Umarmung, so Flo, du bist gut, so wie du bist und ich bin bei dir und du musst nichts machen. Du musst nichts leisten, du musst einfach sein, bei mir sein. Wie kam denn jetzt diese Umarmung? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich saß da auf einer Wiese, so an einem Hang und habe da so in die Weite geschaut, sah die anderen dort unten. Und habe gesagt, Herr, ich bin zerbrochen und habe da wirklich geweint und nach dem Sinn gesucht. Und dann habe ich diese Wärme einfach in mir gespürt. Und wirklich dieser Gott, der sich neben mich gesetzt hat und gesagt hat, ich bin da und du bist gut, so wie du bist. Du kannst nichts mehr und du musst auch nichts mehr. Und das ist einfach wie, das habe ich wirklich einfach so in mir gehört. Das habe ich nicht akustisch gehört, aber das war ein Satz, der mich tief berührt hat. Und da bin ich auch sicher, dass ich mir den nicht gesagt habe, weil ich war sehr leistungsorientiert. Und das war befreiend. Schön. Also Gott saß neben dir und hat dich so genommen, wie du bist. Genau. Aber da waren die Ängste. Du hattest immer noch Angst. Angst hatte ich immer noch, ja. Also die Ängste, die ich hatte vor Menschen, aber auch vor allem in dieser Dunkelheit, von dieser unsichtbaren Welt, die waren ja immer da. Die waren wirklich immer da. Hat er die auch irgendwann mal genommen oder lief das jetzt einfach so weiter? Doch, die sind natürlich irgendwann mal verschwunden. Das habe ich auch wirklich mit ihm geschafft, ja. Ich ging ja in Therapie zu jemandem, zu einer Frau, die auch mit Gott unterwegs ist. Und wir wussten, dass irgendwo mal eine Freisprache sein muss, dass ich davon mich wirklich wie auch freispreche. Und das haben wir auch gemacht. Und da haben Menschen mit mir gebetet, wirklich, dass ich mich da trenne davon, dass ich wirklich zu diesem, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich wirklich zu Jesus gehöre. Und dann kam es so nach einer gewissen Zeit, lag ich im Bett und da war wieder ein Schatten ganz klar vor mir. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich da diesen Schatten wirklich angeschaut habe. Im Normalfall habe ich dann die Decke über meinen Kopf gezogen und mich versteckt. Aber ich habe den wirklich angeschaut und gesagt, schau, du kannst hier sein die ganze Nacht, wenn du möchtest, aber mir machst du keine Angst. Weil ich habe einen Gott, der grösser ist als du und ich brauche keine Angst zu haben und ich gehöre dorthin. Und konnte mich wirklich umdrehen, den Rücken zudrehen und einschlafen. Und das ist für mich, wenn ich das so erzähle, ist für mich wirklich surreal. Also kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man das kann mit so einer Angst, die ich hatte. Aber es war machbar. Es ging. Wer ist denn dann Gott heute für dich, wenn er auch deine Angst weggenommen hat, wenn er dir eine zweite Chance gegeben hat? Wer ist Gott jetzt? Also Gott ist für mich wirklich das Fundament, auf dem ich stehe. Ich kann mir ein Leben ohne Jesus nicht vorstellen. Und das ist nicht etwas, was ich gelernt habe irgendwo, sondern das ist wirklich mein reales Leben. Also wenn ich über Jesus rede, dann komme ich ins Schwärmen, weil er ist wirklich mein Halt. Er ist wirklich der, der heute noch immer noch an meiner Seite ist. Und auch wenn es heute manchmal schwierig wird in meinem Leben, weiß ich, ich kann mich auf ihn verlassen. Es war ein Weg mit ihm. Ich bin gewachsen in dieser Beziehung. Er war nicht von Anfang an der, der er heute für mich ist. Aber ein Leben ohne ihn kann ich mir nicht vorstellen. Und er ist für mich wirklich die Abhängigkeit, die ich lebe. Ich lebe in einer Abhängigkeit mit ihm. Und das macht mich so frei, weil ich von nichts anderem mehr abhängig bin. Ich bin nicht abhängig, was Menschen von mir denken. Ich bin nicht abhängig davon, was passiert in meinem Leben. Und das gibt mir so Sicherheit. Und diese Sicherheit, die lässt mich einfach wirklich auch sagen, hier auf dieser Welt mein Zuhause gefunden zu haben. Und auch hier schon, ja, es hat sich hier schon gelohnt, mit ihm zu leben. Ich muss, dafür muss ich nicht zuerst sterben und in den Himmel kommen, sondern es lohnt sich absolut heute schon, mit ihm zu leben. Das ist das, was mir geblieben ist von meiner Geschichte. Und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Flo, danke dir. Danke dir. Florida Zimmermann hat bei Gott endlich Sicherheit und bedingungslose Annahme gefunden. Sehnst du dich auch danach? Dann red doch mal mit Gott darüber. Und wenn du Fragen dazu hast, schick uns eine Mail oder kommentiere unter diesem Video. Wenn die Sendung dir gefallen hat, freuen wir uns über dein Like. Bis gleich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020